Mein Name ist Michael Schaal, ich bin Pressesprecher vom Polizeipräsidium in Reutlingen. Wir sind hier bei einem Einkaufszentrum in Kirchheim in der Innenstadt. Gegen 19.30 Uhr wurden uns hier Schüsse gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach hat ein Mann eine Frau getötet und sich anschließend selbst mit einer Waffe erschossen. Über den Tatablauf kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Angaben machen, das ist zu früh. Ja, momentan ist die Kriminalpolizei vor Ort und die Spurensicherung, die Kriminaltechniker sind mit einem Großaufgebogen ebenfalls hier am Tatort. Wir suchen jetzt mögliche Zeugen des Ablaufs und das wird bis in die Abendstunden hinein dauern.